Musik Willkommen Leute zu einer neuen Aufnahme von Die Sims 3 Ähm, ja, wir sind hier wieder zurück bei unserer Schwitzerfamilie Er hat schon roten Kopf, denn er ist schon über sein Alter hinausgeschritten Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange die hier oder er noch lebt Und wir haben jetzt 5 Leute hier dabei Ähm, Lisa Schwitzer Achso, sie heißt jetzt auch so, weil sie geheiratet haben Und, äh, Darlene Bansch Die macht noch Hausaufgaben, ist gerade Freitagnachmittag Und wir starten einfach mal So, ich hoffe mal, das ist jetzt hier nicht zu laut oder so Doch, ich glaube, das ist ein bisschen zu laut Ähm, weil ich die, ähm, die Dingens wieder hochgestellt hab Warte mal, also den System-Sound Und deswegen stelle ich das jetzt mal hier ein Ganz kurz, stelle ich das einfach mal so auf die Hälfte ungefähr Oder so ein Dreiviertel Ist natürlich jetzt ein bisschen Feintuning Aber das geht, denke ich So, ist das jetzt Na, ich denke mal, es ist machbar, weil Ich muss sagen, wenn die Sounds zu leise sind In einem Let's Play, ist auch ein bisschen blöd Ähm, ich denke mal schon, dass man mich noch versteht Und so wichtig ist das Glaube eh nicht Deswegen, ähm, ja Lassen wir es einfach mal so Ähm, Fähigkeit Gitarre lernen Da muss immer noch was dahinter herkommen, ey Schlimm Ne, das reicht erstmal, weißt du Die will ja unbedingt hier, ähm Goldene Zunge, goldene Finger Auch nicht schlecht Und die hat 23 Punkte Wie fährt der? 6000 Ist stark Ähm, die hat 98 Der hat 10.000 Und der hat Noch was? Moment mal Ne Jetzt stirbt der Och nö Warum jetzt? Und die kriegen das gar nicht mit hier Lol Wer hätte das gedacht? Er war schon zu alt, ja Oh shit Ich dachte eigentlich, dass das schon, ähm, am Anfang der letzten Aufnahme passiert Aber so nun erst jetzt Ja Naja, er war halt einfach so alt Jetzt fleht er noch darum Dass er nicht stirbt oder nicht gehen muss Aber er muss gehen Denke ich Einfach nur, weil wir die Sim, äh, Lebenszeit runtergestellt haben Okay, alle von Riole HD Schwitzer Gut, der, der ist trotzdem glücklich hier Juckt ihn einfach nicht Finde ich jetzt ein bisschen gemein So Oh, guck mal Die, äh, drücken sich erst mal Die trauen wahrscheinlich auch schon Ja, wieder ein trauriger Tag Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt direkt passiert Ich hätte so gedacht Ja, vielleicht im Laufe der nächsten Tage irgendwann Aber nicht jetzt So Na, jetzt weinen sie gleich hier alle rum Oder Doch, sie Hä, ne, sie nicht Er Wo ist er? Ach, da oben So, wo geht er jetzt hin? Erst mal fernsehen Wenn, wenn er keinen Spaß mehr hat, erst mal fernsehen Vor allem, da geht der Spaß jetzt schon hoch teilweise Obwohl er noch gar nicht, ähm, dabei ist So Ja, die sind halt jetzt alle traurig, ist ja klar Ähm Ich frage mich nur Man kann ja auch unter gewissenen Umständen Diesen Sim wieder zurückholen Ähm Das geht ja Über, ähm Über den Über die eine Karriere Ich weiß es jetzt nicht mehr Wissenschaftler-Karriere ist das, glaube ich Ich glaube, ich weiß auch, wo das steht Das steht hier hinten, genau Da könnte man jetzt Steht da was? Ähm Ach toll Gartenarbeit-Unterricht gibt's da Da kann man aber einen Job annehmen Und wenn man da irgendwie Level 10 wird Dann kann man irgendwie Geister wieder Beleben Kann man so Experimente machen Und die gehen irgendwie Keine Ahnung Einmal pro Woche oder so Ich weiß es nicht mehr Oder nur am Wochenende, keine Ahnung Ich bin mir da nicht mal sicher Schon lange her Haben wir das nicht auch mal gemacht bei In meiner ersten Staffel Auf meinem Hauptkanal Ich weiß es gar nicht mehr Ich glaube, da habe ich es am Ende noch versucht Aber ich habe es nicht mal hingekriegt Ich weiß es nicht mehr Müsste ich mir nochmal angucken Die Folgen So, er hat hier Kaum noch Energie Da muss er sich dann mal hinlegen Ich bin jetzt wieder so ein bisschen raus Weil es halt wieder ein paar Tage her ist Und du liegst im falschen Bett, Junge Mach das mal da Ja So gehört sich das hier nicht So, da kann er jetzt sein Buch lesen hier Ist ja egal Ich glaube, er hatte das Aber juckt die nicht Er liest einfach alle gleichzeitig Ich meine, kann man ja machen, ne? Ähm Je nachdem, worauf man Bock hat So Das, ähm Wollen wir da was ein? Graf einmeißen Ja Bill Kommt Wieder Wenn Ich Level 10 Der Wissenschaft Bin Oh Gut, geht auch Ist verständlich Kann man jetzt lesen Wenn ich Level 10 der Wissenschaft Das war's Ach, schlechter Empfang Na, dann, äh Kannst du doch hier verbessern Ich kaufe mir doch hier nicht Einen neuen Fernseher Guck mal, da ist das so komfortabel und schön Dann sollte man sich da ein neues Gerät kaufen Vor allem Bei Sims immer diese komischen Ecken hier Die können einfach nichts Rundes machen Das ist auch in Sims 4 immer noch so Rund ist nicht möglich Es geht nur eckig So Da will ich gar nicht als Sims 2 oder so Oder Sims 1 sehen Wie das, wie schlimm das da war Das ist auch bei dem Tisch hier so Der ist auch eckig Oder? Da kann man ja auch einstellen in den Optionen Kantenglättung Da gibt's dann auch nur Optionen Dass das dann noch runter ist Ich weiß gar nicht Kann man das hier sehen? Ich kann's ja kurz mal zeigen Sorry Oh, ähm Scrollen 12 Stunden Anzeige Achso Zwischen 12 und 24 Stunden Okay Grafik Ich glaub hier ist das Kantenglättung Leutis aus Ihr hört hier eingestellt ist Das so weicher Wahrscheinlich kann eine hohe Einstellung Wird sich möglicherweise Level Auf die Spielleistung aus Niedrig Wenn wir das jetzt mal Auf Mittel stellen Gell? Dann Stürzt mir Sims hoffentlich nicht ab Oder die Aufnahme Ähm Ja Leute Was soll ich sagen Sims 3 ist mir abgeschmiert Es muss ja passieren Ähm Ich denke mal Das Ganze hat nicht gespeichert Natürlich nicht Ähm Ich bin jetzt einfach nochmal kurz reingejoint Ich lass es trotzdem drin Denn ähm Ich hab einfach nicht genug Zeit Jetzt noch hier Ewig zu machen Ich muss nochmal kurz rechnen Ähm 39 Ungefähr hab ich angefangen Dann Okay So Damit ich dann halt ähm Pünktlich aufhören kann Und ja Einfach nur so ein bisschen Ne Für die Aufnahme So Ich denke mal der Bill wird jetzt gleich wieder sterben Es tut mir leid Dass er diese Phase zweimal durchleben muss Ähm Vor allem er arbeitet einfach noch so Und dann ganz plötzlich kommt er tot Und steht vor seiner Arbeit Und will ihn abholen Er schafft es nicht mehr mehr nach Hause zu gehen So Ich glaub die Option hat er auch nicht gespeichert Also es ist wieder lauter Aber ich hab jetzt den System Sound wieder runtergestellt So das Ganze haben wir ja schon gesehen Können's ja mal ein bisschen hier beschleunigen Lieber kurz und schmerzlos Als nochmal alles so ganz langsam durchleben zu müssen Ähm Moment Wo will er hin Man kann den manchmal auch anquatschen Ich fand das ganz lustig Da steht dann hier so in der Bekanntenliste Aber Mephisto schaut er Das ist immer ganz geil Was macht der jetzt? Leu was macht der? Warte mal Leu Der lässt sich hin und liest die Zeitung Was es für geht bei ihm Was ist das? Oh die ist auch schon alt geworden Die war doch vorher mal Jünger Cornelia Gruße Okay ne die kenn ich nicht Alter Ja direkt mal Screenshoten Das ist immer lustig Nicht schlecht Aber man kann den halt nicht ansprechen Vielleicht wenn man hier hin geht Ganz schnell so Vielleicht kann man ihn dann ansprechen Ne da bleibt er auch nicht lange Doch da bleibt er einfach ganz gechillt hocken Lies nochmal Zeitung Loll Komm wir freunden uns mal mit ihm an Haben doch bestimmt gemeinsame Interessen Das ist wie in der einen Switch Reloaded Sendung Von Johannes B. Kerner Ist auch ganz lustig Da kann ich nicht ansprechen Warum nicht? Da hat doch nicht meine Arbeit Vielleicht kann er die Arbeit dann hier übernehmen Als Fan Wird der ja wohl schaffen Ach komm schon Ach jetzt ist er weg Toll Ja jetzt geht er von allein nach Hause Achso wegen dem hohen Willen Hoher freier Wille Alter was da für ein Lärm ist Geh ich mal lieber zurück nach Hause So Ja jetzt wird er alle traurig hier Okay er badet gerade Vorher hat er geduscht Diese Variation hier Ist krass So Toll Hast du ja super gemacht Handhäcker anrufen Ist noch nicht zu spät Und dann schläfst du mal eine Runde Was macht er in der Zeit? Er holt sich was zu essen Hunger geht so Der braucht mal eine Arbeit Was steht da? Karriereverlauf Achso das war er vorher Er war mal Level 1 von Podiums Polierer Und da war mal Level 1 von Kaffeebooten Warum hat er den Job eigentlich verloren? Ich glaube er nie gegangen ist Lol Läuft bei ihm Stimmt Er hat ja mal einen Job als Kaffeebooten Ich kann mich erinnern Ähm Na komm dann nimmt er jetzt hier mal diesen Job an Nachdem er seine Waffeln gegessen hat Ja Seine Sturmwaffeln So Der hat auch noch keinen Verlauf in der Karriere Nur er hat schon die Karriere gemacht Achso Wir müssen uns den Grabstein jetzt wiederholen Wo ist denn der gestorben? Beim Genau vor der Arbeit Er hat das auch wieder so Bis zum Ende Bis zum bitteren Ende hat er noch gearbeitet Ähm Die roten sind ja alles Jobs Ähm Das hier war es Das gehört mir Mal jetzt einfach mal so Muss ich nicht das Inventar öffnen So Ja und schon Sind wir nur noch zu viert Nicht mehr zu fünft Wir am Anfang der Aufnahme Oh L'Amour Verliebt Achso ja Er hat ja geheiratet Hab ich ganz vergessen Was mit ihm? What? Ach deprimiert Oh Er ist ja hungrig Schmutzige Umgebung Und jemand gestorben Das ist natürlich nicht schön Lol Endenzeit Achso Pff Lol Wie solche Sachen einfach Ähm Denen gute Laune geben Das ist krass Gemütlich Wegen bequemen Objekt Ich glaube da war der Sesse gemeint Na was ist denn jetzt mit dir? Mach doch mal sauber Es läuft ja immer mehr aus Mensch So Was macht sie jetzt? Ist das sie? Ne das ist sie Lol Die sehen einfach gleich aus Die brauchen mal eine andere Frisur Vor allem mal ein Bett Oh Testobjekt Na dann nimm mal an Ist doch ein schöner Start für die Karriere So Wann muss er hin? Ähm Am Ach in zwei Tagen Am Montag erst Und Level 5 Na unser Level ist ja eigentlich Level 10 Oder unser Ziel Jetzt liest er erstmal wieder ein Buch Mod in Schönsichtigen Schönsichtigen Kann man sich ja eigentlich überall hinsetzen Na guck mal Jetzt ist die Kantenkletzung glaube ich schon besser Oder? Ich weiß nicht ob er es gespeichert hat Guck mal wenn er sich jetzt hier hinsetzt Kann man sich da überall hinsetzen? Na ich glaube nicht Man kann sich nur in so bestimmte Punkte mal setzen Das wollte ich nämlich gerade mal wissen Aber ich habe noch was ist jetzt hier Und dann Und dann Und dann